Rot ist meine Farbe, ist mein Markenzeichen. Aber es geht hier nicht um mich, es geht um Sie. Es geht um Impulse, Anregungen, Tipps für die eigene Lebensführung. Jeweils ein Impuls in etwa einer Minute. Es geht um Themen wie zum Beispiel mehr Leidenschaft ins Leben zu bringen, mehr Freude oder auch mal etwas Nachdenklicheres. Ich wünsche Ihnen beim Betrachten viel Freude und Inspiration. Ihr Peter Simon Fenkert